so ich möchte nicht übers feld fahren wir fahren hier links lang bitte beim strike links nein nein ich möchte nicht übers feld fahren deswegen fahren wir links pass auf ich weiß dass das nächstes kommt ich soll den ganzen scheiß hier beschreiben ich habe keine scheiß also quatsch mich ja nicht voll mit sowas wir fahren auf der straße und turm bitte richtung zwei uhr dann wenn wir auf der straße sind zwei uhr verstanden wer ein ausschalten wir unter den zweiten fahrer bitte nach vorne gucken bis zum zweiten jetzt perfekt wir haben irgendwo eine panzermeldung rechts von uns wir fahren mal weiter und die nächste fahren wir mal links hier rüber wenn das geht ja hier können wir rüberfahren kann man vierten hoch haben wir links hier hoch turm wieder zwölf hier kannst du auch wieder rüberfahren aber du musst auch wieder bestimmten winkel haben raar jetzt recht wir haben hvor weit vor weitwał links 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 ok, Panzer halt, Panzer halt, Panzer halt, Panzer halt, Panzer halt, Panzer halt so, jetzt haben wir einen Panzer, wir haben jetzt einen Panzer hier Richtung Ping ja, ich sehe nach rechts einen nein, du schaltest jetzt den ersten und dann direkt, und dann fahrst du, nein, nein, das war zu weit schon jetzt hier naja, ich sehe schon, ich sehe schon 110 ungefähr, jetzt fahren wir hier den ersten vor und dann gleich den zweiten hochschalten nein, nein, das ist kacke, never mind wir müssen wieder zurück, das ist mir jetzt gefährlich Alter, das ist kein Touchscreen und Arsch ja, jetzt ist er hier rechts, da ist er mach halt, mach halt wird sie laden, wird sie laden, wird sie laden ja, wir sind tot nicht fahren, nicht fahren schieß, 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 schieß nein, warum fährst du bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, Panzer oh, 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 never mind richtig geiler Move 5-Strike, Alter, der Meister, ey Amber ja, ja, er ist tot ey, war mit dem Ruhr drinnen im Arsch ja, ja, wir hauen jetzt hier ab, wir hauen jetzt ab rechts, rechts Vollgas, Turm 12 ja, ja das war mal richtig schön